ausgezeichnet worden, jetzt bei der WM wieder. Wir reden natürlich alle über das Finale und über das Halbfinale und diese Elfmeterschießen, aber der Weg war ja wahnsinnig, so viel Leben füllen konnten. Danke euch nochmal sehr, ihr seid kranklos. Danke. Oh, 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 oh. Sehr gut zum Pokal mitgebracht. Und ich und Olli Freyer dürfen euch ein bisschen vorstellen und euch ein paar Fragen stellen, die noch offen sind. Noah, ich würde gerne mit dir anfangen. Ich habe selber 20 Jahre lang Fußballspiele kommentieren dürfen, da waren auch ein paar dabei, wo Pokale übergeben wurden. Ich bin totaler Fußballfan und ich habe noch niemals eine Szene erlebt, wo ein Kapitän einen Pokal kriegt und ihn nicht hochhält, sondern an seinen Trainer weitergibt. Was ist in dem Moment in deinem Kopf vorgegangen? Das war das Richtige. Das war eigentlich schon, wir haben das geplant. Also ich war ja, Paris war ja auch dabei und wir haben es ja schon bei der Euro gemacht und dann haben wir gedacht, jetzt können wir jetzt auch übergeben und ich glaube, das war ganz schön in dem Moment. Christian, fandst du es auch schön? Komm mal vor. Also eigentlich bin ich mit der Bitte an die Mannschaft getreten, dass ich irgendwann, nachdem die Jungs den Pokal hochgehalten haben, irgendwann auch mal darf und dass es dann direkt am Anfang macht, war natürlich für mich sensationell. Es war außergewöhnlich. Ihr seid seit drei Jahren auf einer gemeinsamen Reise, die jetzt auch zu Ende geht. Wie viel Stolz, wie viel Glück, aber auch wie viel Wehmut ist da dabei? Ja, ich glaube, man kann sich es vorstellen, wenn man einen Europameistertitel holt und danach noch einen Weltmeistertitel holt, drei Jahre mit den Jungs zusammenarbeitet und die Entwicklung sieht, wie sich jeder Einzelne entwickelt hat, sowohl auf dem Fußballfeld als auch eben neben dem Fußballfeld charakterlich. Das ist unglaublich und darauf können wir alle stolz sein. Das ist eine Mannschaft, die ich sehr, sehr ungern abgebe, aber ich glaube, der Mannschaft tut es auch gut, wenn jetzt Hannobalic die Jungs übernimmt, ein komplett neuer Trainer, der vielleicht andere Schwerpunkte setzt und ich bin sehr, sehr gespannt auf jeden Einzelnen, wie er sich im Verein und bei uns entwickelt. Okay, jetzt müsst ihr ein paar Geheimnisse lüften, äh, Paris. Ihr habt den Pokal bekommen und dann ging die Party los. Was ist auf der Party alles passiert? Könnt ihr darüber reden? Ich würde sagen, ähm, was auf der, was in Indonesien passiert, bleibt in Indonesien. Max, aber eine, 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 könnt ihr eine Kleinigkeit verraten, weil ich habe zumindest mal, ähm, aus dem, aus dem Kreis gehört, äh, dass der Trainer eine Playlist aufgelegt hat und war es wirklich pur, was er aufgelegt hat? Ähm, ich war an dem Abend leider krank und bin glühe Fett. Ich bin ins Bett gegangen, an dem Tag. Mir ging's nicht ganz so gut. Du hast, ähm, bei der, gleich Christian, du hast... Das weiß ich gar nicht genau, ähm, weil, was in Indonesien bleibt, bleibt ja in Indonesien. Ähm, Max, wie bitter war das für dich? Du hast, ähm, du warst immer Stammkeeper dieses Teams, du hast bei der Euro im Elmeterschießen, äh, gegen Frankreich, äh, gehalten, ähm, und fällst dann zum Halbfinale krank aus. Ja, es tat im ersten Moment schon richtig weh, äh, die Ärzte haben alles versucht, aber es ging einfach nicht, es war nicht möglich, aber ich glaube, Konsti hat es dann überragend gemacht und am Ende haben wir den Pokal, das ist das Einzige, was zählt. Konsti, wo bist du? Wie sehr ist dir die Büsse gegangen, als du vom Halbfinale erfahren hast, du spielst? Äh, eigentlich gar nicht, tatsächlich. Äh, ich hab immer zum Spaß schon, äh, öfter gesagt, so, ja, auf dem Halbfinale kann ich mal reingehen. Ähm, ja, das dann so kam, äh, krasser Zufall, auch schade für Max, hat er das ganze Turnier gespielt und hat's ja, hat's ja wirklich gut gemacht. Äh, ja, deshalb, also eigentlich war ich jetzt nicht so nervös. Warum auch? Ist ja nur ein WM-Halbfinale. Ähm, gewesen und dann im Finale. Ähm, das, was du da im Elfmeterschießen machst, ähm, dieses Knie wackeln, dieses, die rechte Seite ein bisschen freier machen als die Linke, ähm, willst du, dass der gegnerische Stürmer oder Schütze in dem Fall sich totlacht oder einfach nur nervös wird? Ähm, das wird eigentlich nicht, sondern halt schon mehr nervös machen. Äh, also wegen Argentinien ging's noch, aber dann, äh, bei Frankreich kam dann, glaub ich, äh, alles raus, dann, da hab ich die auch schon gut getrash-talked auch davor. Äh, ich glaub, das hat man auch gesehen, dass der, der Film bei der Kapitän, da kam direkt nach dem ersten Elfmetern erst mal zu mir gerannt. Äh, ja, klar, also, verunsichern, ein bisschen Trash-talked macht ja auch Spaß dann besser. Und wenn's dann so gut klappt, dann ist natürlich perfekt. Wenn wir schon bei der Torwart-Thematik sind, dann, äh, würde ich euch einfach mal bitten, vielleicht vorzutreten und den Dritten noch dazu zu kommen. Luis Barbarz. Daran wollen wir auch erinnern, ähm, dass, äh, leider zwei verletzt abreisen mussten. Farid und, äh, Assan Uedraogo von Schalke 04, der zwei Spiele gemacht hat, die genauso Weltmeister geworden sind, auch wenn sie jetzt nicht, äh, dabei sein konnten. Farid, an dich noch eine Frage. Du bist bei der Euro als bester Spieler, ähm, äh, des Turniers, ähm, äh, ausgezeichnet worden, ähm, äh, jetzt bei der WM wieder. Wir reden natürlich alle über das Finale und über, über das Halbfinale und diese Elfmeterschießen. Ähm, ähm, aber der Weg war ja wahnsinnig hart, ähm, weil auch die Amerikaner im Achtelfinale, die Spanier im Viertelfinale richtig starke Gegner waren. Wenn du dieses Turnier jetzt mal für dich nochmal einmal durchdenkst, was waren eigentlich für dich die härtesten Spiele? Ähm, das härtestste Spiel für mich an sich war gegen Spanien. Weil, also die Spanier kommen ja relativ über Wahlbesitz und Technik und das Kompakte verteidigen. Und bei dem Wetter natürlich auch, bei 25 Grad, aber, oh, 35 Grad, bei 35 Grad. Aber, ja, wir haben gut verteidigt und hat uns am Ende auch zum Sieg geführt. Und in dem Spiel ging es gegen eine Menge Kollegen von dir, Noah, ne? Ich glaube, es waren acht aus La Masia, wo du spielst beim FC Barcelona? Ja, ja, waren genug von denen. Deswegen ist es natürlich umso schöner, es ging nicht zu gewinnen. Und da jetzt dann auch wieder zurückzukehren. Alles klar. Nochmal. Wir sind so stolz auf euch. Ihr habt uns glücklich gemacht. Es hat so Spaß gemacht, euch zuzuschauen. Ähm, ihr habt euch unsterblich gemacht. Kleine Mannschaft ist vorher Europa- und Weltmeister in einem Jahr geworden. Und, ähm, wir hoffen alle sehr, euch als A-Nationalspieler in einigen Jahren wieder zu sehen. Das Zeug dazu habt ihr. Zum Schluss auch nochmal in diesem Kreis ein Hinweis darauf. Es ist die deutsche Nationalmannschaft und die kommt aus den Klubs. Und nur, wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen, werden wir so erfolgreich sein wie diese grandiosen Buschen. Ähm, danke an die Klubs, äh, die, äh, die Spieler zur Verfügung gestellt haben. Ähm, ich hab Halit Altentopf von den Bayern stellvertretend gesehen. Die Bayern haben vier Spieler dabei gehabt. Ähm, ohne diese Unterstützung, äh, würde das alles nie funktionieren. Und das ist cool und wichtig, dass wir an einem Strang ziehen. Danke euch. Applaus So, wie geht's jetzt weiter? Einige von euch fahren jetzt, ähm, zum Römer. Dort, ähm, ähm, könnt ihr euch ins goldene Buch der Stadt Frankfurt eintragen. Das ist, äh, äh, eine wunderbare Sache. Ähm, ihr konntet dort nicht empfangen werden, weil da ein Weihnachtsmarkt ist. Äh, aber es ist so schön, äh, dass wir euch hier hatten, äh, und dieses großartige Haus mit so viel Energie und, äh, so viel Leben füllen konnten. Danke euch nochmal sehr. Ihr seid kranklos. Danke. Applaus 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 Vielen Dank.